F-8 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 Warte mal eben Warte mal eben Warte mal schicken Fast T-R Har klein F-9 Ja Flo, ich sitze gerade im Bus zum Königssee, da ein bisschen Fotos machen. Ich werde ungefähr alle Stunden mal kümmern, was da rumsteht. Dann bleibe ich da eine Stunde, mach ein paar Reisen. Das ist schön, ich werde auch noch ein bisschen sehen. Das ist schön, ich werde auch noch ein bisschen sehen. Sitaro Klänge bei Divi Stadtbus. Jetzt hätte ich doch mal gestern gefahren, nee. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Es wird immer in Europa gekraffen werden. Schlimm Bock gemacht. Open Pussy. Schlimm Bock Schlimm 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 Schöne Weichen Halmk 5, 2 Ein Sonntag in Gelenkbussen Ich bin jetzt mit einem Zitaro der ersten Generation unterwegs und gleich werde ich noch mal eine schöne Strecke in einem Zitaro C2 zurücklegen, denn laut Fahrer ist heute ein Zitaro C2 auf der 801. 141 unterwegs und eine komplette Runde mitfahren. Tag steht. Tag steht. Tag steht. Tag steht. Tag steht. Tag steht. Tag steht im Orientensteins amen. Moment. Ich kann nicht sehen. Kein Zeit. Ich glaube ich. Ich glaube ich schon da geht es. Guck. 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 Dramatis. Humm. Guck. Äh. Das waren sie auf der Achtung.